Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer Willkommen zu einer Runde One with One auf dem Timolia Server Oh da ist ein Block Ich dachte so ja komm Ich so hab grad so die Community Server Folge aufgenommen Ja und ich so ähm ich erkläre euch jetzt einfach mal nebenbei Was warum ich so jetzt keine Videos gebracht habe Fangen wir an das letzte richtige Video kam erst ähm Kam äh Mittwoch der vierte glaube ich war es Halt der erste Mittwoch im Februar und jetzt haben wir schon Ach keine Ahnung welcher heute ist Ähm ja und Da kam halt das richtige letzte äh Ja Let's Play davor kam ja jetzt nur die Stream Ankündigung und das Community Server Äh Video Ähm Ja aus dem Grund ich war halt ähm Den Tag nachdem äh ich das letzte Gameplay Video gebracht hab in Köln für zwei Tage Und konnte von da halt auch nicht uploaden Fuck jetzt Scheiß drauf Ähm und Ja und so Vlogs Ne dachte ich so ja ne kein Jetzt kein Bock mehr Ich hab halt im Zug was aufgenommen Aber sonst wir hatten jetzt nicht so die große Freizeit So das Programm was wir hatten Dafür hat sich nicht gelohnt da durften wir zum Teil auch gar nicht filmen Äh Ja und Deswegen hat sich das nicht gelohnt äh da halt die Vlogs zu machen und die hochzuladen Und dann Danach das Wochenende gleich Ich ja da hatte ich halt Richtig Einfach nur Stress Da war ich halt Ja nicht richtig zuhause und so konnte halt keine Videos hochladen Ich hatte halt auch keine vorproduziert Ähm Dann am Sonntag genau das gleiche Dann am Montag Äh Habe ich dann halt für Die äh Äh Deutscharbeit gelernt Die wir dann am Dienstag geschrieben haben Und am Dienstag habe ich dann Für einen Lateintest gelernt Und Dann Mittwoch Hatte ich lange Schule Und noch ein Kumpel bei mir Und Ja dann hatte man einfach so kaum Zeit Am Donnerstag Genau das gleiche am Freitag Hatte ich auch kaum Zeit Und jetzt am Samstag Bin ich endlich mal wieder dazu gekommen Ein Video hochzul... Aufzunehmen und hochzuladen Äh Ja ich sollte vielleicht mal wieder eine Runde gehen Ähm Ja Und ich hatte halt gar keine Zeit Und ich war halt Auch noch mit Schneiden von anderen Videos beschäftigt Äh Aber Dann hatte ich halt eine Bedwurstrunde Am Äh Am Mittwoch Ne Am Mittwoch war das gar nicht Äh Zumindest irgendwann in der Woche Wo ist er jetzt hin Ach da Und äh Da hat... Und dann habe ich das halt geschnitten Und dann Ist es halt auf 2,21 Gigabyte groß geworden und Ja und dann konnte ich das halt nicht hochladen Weil ich habe jetzt auch ein Intro bekommen von einer Person die anonym bleiben will Aber ich habe es wahrscheinlich nicht vorgeschnitten Weil das mit dem Upload einfach zu lange dauert Ich habe einfach nur eine AK-Internetleitung und Äh Was erwartet ihr von mir dass ich da dann was Äh so Einfach mal so sagen so Ja ich mache jetzt ein Livestream und so Das geht einfach alles nicht Naja Okay jetzt haben wir genug gelabert Beziehungsweise habe ich Er bringt sich um Ich kill ihn von oben Und da komme ich Wieso spreche ich gerade so laut Aber Das ist einfach so ein Idiot Der einfach nicht mit Doppelsprung spielen kann So So Scheiß Lol Jetzt wurde Konnte ich gerade So dann Wo bist du Schnell Wasser So 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 Und da komme ich Und da komme ich Und da komme ich Und da komme ich hin Oh Assassine mäßig ne Ich könnte hier mal so eine Folge machen Vini Veki Vidi Ich kam Da und siegte Das ist Latein Also Vini Veki Und Vidi Ich kam Da sah Und siegte Naja Dann soll das jetzt Das auch schon mal Vereins für die erste Folge gewesen sein Mit ich mit meinem äh Neuen Skin So mega Ne Ja Und dann würde ich jetzt sagen Das wär's Hau rein Bis zum nächsten Mal Tschüss